Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Worldstars. Ich habe gerade für über zwei Stunden Shelly gepusht. Es ist eine Map drin, wo du theoretisch ganz gut pushen kannst. Es ist halt wahnsinnig Hit or Miss. Wer natürlich neu ist und pusht, wie du es mag, darfst du natürlich auch gerne mal ein Abo lassen. Auch nach oben wäre aber auch cool. Tomatensaft! Ich konnte die Map auch damals ganz gut, aber jetzt sind viele Shellys drin. Jetzt nicht in die Mitte. Ärgerlich ist, dass ich das nicht geschafft habe. Ja, okay, siehst du bald auch noch mich. Ärgerlich ist es, dass mir super nicht aufladen konnte in der Zeit. Ich gehe jetzt in die Mitte. Ich lasse sie da einfach mal kochen, sondern sie sich gegenseitig umbringen. Ich gehe in die Mitte, ich habe meine super... Das ist halt jetzt komplett der Gamble, den ich mache, ne? Wenn du hier einfach hockst, dann wartest du halt... Das ist eine Rose in der Mitte, das ist schon mal gut. Die ist sogar ein bisschen low. Ich nutze es kurz mal, um es zu... Okay, sind da rechts unten nicht zwei auf ein Feld gewesen? Das sieht gerade nicht so... Ja, sehr gut. Ich habe meine super... Es scheint keine Shelly in der Mitte zu sein. Ich habe meine super, Level 1, egal was kommt, ich kann die Gegner killen. Nicht immer supern, gegebenenfalls. Vielleicht auch dann einfach mal Gadget einsetzen und Schuss, Schuss, Schuss. Das ist jetzt ein bisschen doof. Vom Timing zumindest. Ich glaube aber auch, ich kann aggressiver sein. So, da ist einer gestorben. Der Spike hat einen Kill gemacht. Ich habe nichts kassiert. Ich habe sogar meine Überladung. Ist da unten nicht einer? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Ja. Ne? In dieser Runde, auf dieser Map, werde ich entweder Erster oder halt Letzter. Das passiert mal ganz selten, dass ich halt irgendwie Fünfter werde oder so. Wenn meine Laune im Keller ist, werde ich mal einen Star-Dorp öffnen. Ich habe das Gefühl, ich brauche das. Dass der einfach in die Mitte geht. How? Wie kann der einfach in die Mitte rennen, ohne zu sterben? Da ist ein Bo. Bei Bo muss man aufpassen, weil der kann ja weiter gucken. Geht's in die Mitte. Da ist ein Bo, da ist ein Edgar in der Mitte. Wirkt ansatzweise safe, wenn die da in der Mitte sind. Interessant, da links ist einer. Der Weg da jetzt ist zu. Das heißt, da geht's nur eine Katze, da ist nur eine Katze. Ungefährlich. Okay, da habe ich jetzt, glaube ich, zwei ineinander gedrängt. Hier rechts steht oft einer. In diesem Fall nicht, dann gehe ich da hin. Den Bullen kille ich mal nicht. Der ist für mich halt kein Problem. Der kann ruhig andere ein bisschen nerven. Da oben ist häufig einer, also der rechts von mir. Mal kurz davor zu nerven. Die Katze unten wird gleich einfach... Ich glaube, der Sportier ist gar nicht schlecht. Oh, der hat Lucky sogar ein erwischt. Ja, und das ist einfach gerade für mich was. Hyperladung habe ich. Den habe ich. Da oben der Bull, da oben Edgar. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Müsste ich gewinnen. Ja. Sehr gut. Das Ding ist, 900 ist halt so ein weiter Weg. Ist halt wichtig zu sehen, wer in der Runde ist. Warte, keine Shelly? Keine Shelly, ich kenne die Mitte ist gut. Okay, der Bull ist nicht in der Mitte. Und ich fasse mal super. Sehr gut. Dritter. Mal sehen, ob ich jetzt mal... Ja, okay, der unten ist tot. Aber den Bull lasse ich. Bull ist kein Problem für mich. Ich sollte... Okay, wir haben gewonnen. Es ist so krank, ne? Es ist so krank. Fake-team mal. Äh, ja, sie hat dasselbe vor euch. Ich war dumm. Ich muss kurz meine Laune besnähen. Ja, danke. Oh, oh, warte, 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 warte. Lol. Okay. So, Affe, du kannst ihn anspringen. Affe, du kannst Edgar anspringen. Affe, du kannst Edgar anspringen. Das ist ein easy... Ja, danke. Ich wollte schon sagen, weil manche Leute beim Teamen, die gehen wirklich bis in den Tod. Die lassen ihren Kameraden leben. Selbst wenn sie den Easy hätten killen können vorher. Gut. Ich hab mal superperfekt. Okay, jetzt kann ich in die Mitte, weil ich hab auf jeden Fall jetzt Plus gemacht. Ich find den Spot hier rechts halt kacke eigentlich. Weil jeder rechnet damit, dass hier einer ist. Sehr gut. Sehr gut haben wir gewonnen. Äh. Knapp, aber haben wir gewonnen. Sehr gut. Es ist aber wirklich halt geisteskrank, ne? Sentara, die rennt aber da oben. Ja. Okay, das war easy. Wenn du hier zu früh einen Move machst, kommen halt alle... Wieso gab das nur Plus 9? Wieso? Ich glaub, ich will ein bisschen hier rumlaufen. Da oben ist eine Shelly, das ist kacke. Das ist aber first einer. Okay. Okay, sie hat mich komplett gehuntet. Und kill doch Edgar. Guck mal, wie laut er ist. Kill! Ey, das verstehe ich nicht, ne? Das... Da unten einfach vier Leute, die Teamen. Eins, zwei, drei... Ne, fünf. Fünf Leute, die Team. Wollt ihr ein bisschen den Tod-Team? Das... Die Teamen bis in den Tod. Der wird ein Problem sein. Ja, da oben ist aber. Sehr gut, das ist kein Problem. Ich kann übrigens gegen Affen verlieren. Ich hab das Angriffszeichen mir einfach nicht raus. Der kill ist gegenseitig mit der Affe gewinnt. Der einzige, der ich aber hier auf der Map killen kann, ist eine Shelly zu sein. Es bleibt nicht. Ah, ich hasse die Affen, ne? Oder ich muss ein Edgar, um ihn zu kauf zu lassen. Ich muss ihn mal zu kauf zu lassen. Nein. Okay. Ich hasse die Affen, ne? Wie viele Affen jetzt hier in der Runde sind? Ah, ich hab gesupert. Ich hab gefett fingert. Ah, noch ein Affen gekillt. Ah. Ach Gott. Okay, Affen sind auch nervig. Aber vierter Platz ist plus zwei. Das ist okay. Ja, Gott. Weil ich einfach wild den Kill haben wollte, statt auch Safety zu spielen. Ja, ich bin tot. Dumm, 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 dumm. Dann haut der aber auf einmal die Hyperladung aus. Und dann war alles kacke. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wie ich mich schnappen soll. Das Ding ist, die Shelly ist halt noch hier irgendwo, ne? Bitte mach'n Sprung, 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 bitte mach'n Sprung. Die Shelly ist auch, bitte mach'n Sprung. Warum auf mich? Ach, sie macht'n Double-Kill. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kehr der Platz. Ich war ein bisschen langsamer, ich hab' jetzt leider meine Siegeserie verloren. Gut, die Verladung. Das war scheiße. Das war leider scheiße von mir. Der Affe hat auch eine Hyperladung, das wusste ich gar nicht. Ich stagniere halt, ne? Miauts genau. Ich gehe rein. Ah. Ja, auch das Timing, also. Der war auch... Ey, was ist hochlevel. Bin ich unbesiegbar. Der Affe wird mich am Ansprung jetzt wegrennen. Hä? Seit wann gehen Affen denn so aggressiv auf? Normalerweise springen die doch immer weg. Affe, minus 10. Nein! Ja, okay, es hebt nicht meine Laune, aber ist okay. Der yeetet mich auch raus. Der, prima, hab' ich einfach zweimal schon geëetet. Komm, ich kill' dich jetzt. Okay, ich bleib' weiter nieder, da unten in meinem Bereich. Da ist ein Bull. Ich will nochmal gleich angreifen und dann gehe ich drauf. Das war... Nein, ich bin in den Gift gestorben. Ah! Ich boll, ich boll' gerade jede Runde. Ich hab' die Hyperladung nicht eingesetzt, weil ich wollte die Hyperladung nicht gegen einen Bull einsetzen, weil die Hyperladung ist mein Kopf wertvoller gegen halt sowas wie ein Edgar. Ich kann im Grunde jetzt nur hier stehen und hoffen. Die fällt, glaube ich, hier super, und ich kann das sein. Wir werden gamble. Ich bin doch bloß, ich hab's jetzt bloß. So, ich setze einfach raus. Okay. Ja, genau, genau, genau. Gute Auswahl. Gute Auswahl. Erstmal, dass ich Auto-Aime alles. Dann, dass ich einen Affen-Suppe habe und nicht die Shally. Plus 5 ist aber trotzdem gut. Den Zweig für mich killen oder so. Nein. So ne Scheiße auch. So ne Scheiße auch. Hilfe, ja gut. Okay. Erster Platz. Wenn ich die nächste Runde gewinne, hätte ich zumindest Baby-Steps nach vorne gemacht. Hä? Was war das denn vom Rico? Ah, wenn ich sie kille. Ach, scheiße drauf. Du bist rot. Hä? Sie war doch auch nicht höher als ich vom Level. Wie ging das denn jetzt? Minus 7. Ich verliert ihr super. Das ist der Bulle im Busch ist. Der ist hier. Okay. Ich schwöre euch. Normal hast du vielleicht ein, zwei andere Spieler im Busch. Jetzt waren vier Spieler im Busch in der Mitte. Minus 10. Ich wollte nur was überfladen. Bin tot. Ich hab jetzt kurz 10 Minuten nicht Wolters gespielt. Wenn man so getiltet ist, macht das Sinn. Und ich bin auch jetzt immer noch getiltet und wäre bereit, gleich mal 3 gegen 3 reinzuwerfen. Warum geht eine Krähe überhaupt in die Mitte? Wie hat die denn die Überlebenschancen? Okay. Und raus. Und raus. Zum Team ist der halt cool. Weil du jetzt im Grunde unendlich lange leben kannst. Wenn er diese Scheiße macht. Schnelly da oben ist monströs low, aber der Bo auch. Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße in diesem Spiel. Ich bin so scheiße in Videospielen. Werde ich vierter? Vierter, okay. Ich denke, Schnelly ist auf den Affen konzentriert. Affe, du bist mein bester Freund gerade in der Runde. Du musst nur der Schnelly ein bisschen Schaden machen. Oh. Let's go. Affe, sprüng mich nicht an. Sprüng mich nicht an. Du bist doof. Du bist doof. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Vierter. Oh, da ist doch was hier bei dir. Ja. Klick da sogar. Die Edgar Armee. Erstmal stabil. Müsst die, muss, muss plus sein. Können die machen, was sie wollen. So, da ist ein Affe. Die Affen müssen sterben. Ich hab das Timing gegen die Affen nicht. Sehr gut. Ja, die Verladung noch immer noch nicht aktiviert, ne? Ich warte, bis es... Gut, es gibt es auch tot. Ich hab's noch knapp gemacht, weil ich schlecht geaimt hab. Aber das war gut. Musst ich. Musst ich. Vom Team-Setup war das Pflicht, äh, dazu gewinnen. Gut, der scoutet für mich die Mütze. Das, das verdammte Timing. Okay, da links ist ein Edgar. Das Ding ist hier unten, wie viel Fläche. Ich fägt hier mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wir haben sich gegenseitig gefühlt. Wir sind gut. Wir sind gut. Der ist hoch. Musst ich nicht mit Polar umxivieren? Muss ich gewinnen. Muss ich gewinnen. Absolut Pflicht. So, jetzt warte ich. Sollen ihre Überladung verschimmeln lassen? Sehr gut. Wichtig. Ne, ich hab das zugelernt. Wenn die Gegner Überladung haben, sollen die, sollen die verschimmeln damit. Das war gut, plus 13 ist stark. Wichtig und richtig. Let's go. Bull hab ich gerne im Finale im 1 in 1, auch wenn ich nur Level 3 bin. Sehr gut. Gebottelt. Oh, jetzt auch. Was ist denn, was macht ein Bulls Überladung? Okay, hab ich gebottelt. Hab ich gebottelt. Bulldozer verringert. Der erlittene Schaden zum 80% reduziert. Okay, das ist krass. Ne, aber es geht ja aufwärts. Es kann ja möglich sein. Er hat mich gesniped. Der hat mich nicht gesehen. Der hat blind mich einfach erwischt. Minus 10. Er hat einfach blind in Super rausgehauen und hat mich damit getroffen. Ist das was, das passiert, ne? Hast du da? Ich muss, sorry. Ich kassier jetzt minus 10. Einzige Chance war es vielleicht gewesen, auf den Dynamark zu gehen. Da konnte ich nichts machen. 10 Minuten Fortschritt innerhalb von einer Minute weg. Hm, ausgebatet. Wäre ich nicht frustriert stehen geblieben. Ich dachte halt, oh, ich bin tot. Wäre ich nicht weinend stehen bleibe. Minus 7. Kein Level, aber ich hab mal super. Plus das Gras hier. Warte. Nennt mich dumm. Aber ich hab das Gras hier jetzt weggemacht. Das heißt, ich seh, wenn hier einer reingeht. Das ist ultradumm. Aber wenn hier einer reingeht, kann ich halt fliehen. Bzw. ich will keine reingehen. Ist halt entweder dumm oder 300 IQ. Weil ich sichere damit, dass ich nicht überrascht werden kann. Aber ich mach auch damit, dass ich nicht Erster werden kann. Ich hab immer Möglichkeiten zu fliehen. Nein. Scheiß Affe. Oder geben sie sich einfach gegenseitig hier Suche. Das ist manchmal schwer zu sehen. Vierter Platz. Gut. Ganz ehrlich, ich bin okay da zu sterben. Bin okay da zu sterben. Ich wollte nur Plus holen. Plus 2. Ist in Ordnung. In so kurzer Zeit. Minus 27 zu kassieren. Ich bin ein anderer Mensch seitdem. Oh, was ist das da unten denn? Oh, das ist Pain. Das ist ein Pain-Szenario. Gut. Ich hab meine Super. Oh. Gut. Ja. Cool, danke. Sehr gut. Ja, ist okay. Ganz ehrlich, ist in Ordnung. Ist eine Shelly im Busch, aber die ist da ganz rech. Minus 10. Das ist beschissen. Ich kann nur einfach hier zu stehen und beten. Beten hat nicht geholfen. Den Rico lass ich mal leben. Der macht halt gut Stress. Ist die Lodi Shelly? Ja, nicht so richtig. Aber ich bin super gebuddelt. Okay. Und fast war da noch Plus zu holen. Sehr gut. Der ist jetzt super. Ja, ist in Ordnung. Ich nutze das, um die Mütze zu gehen. Kann ich jemanden surprise attacken? Ist auf jeden Fall Plus. Oh. Plus 10. Let's freaking go. Ich check hier oben. Ärgerlich. Aber vierter Platz ist in Ordnung. Boah. Du bist so ein kleines Wiesel, ne? Du bist so ein kleines Wiesel. Der Spot da ganz links, ne? Der ist so böse. Weil du schießt da rein. Man muss diesen Busch doppelt checken. Okay. Ich mach mal zur Abwechslung 3 gegen 3. Oh Leute. Warte. Klatsche das? Er hat es fast nur geklatscht. Das ist auch gut gemacht. Ja, okay. Straight up mit dem Dynamite, der ja nichts gemacht hat. Jetzt mach dir noch ein bisschen was. Damit der ein bisschen Schaden macht. Und er sagt, guck mal hier. Ich hab am meisten Schaden gemacht. Ne, er war alles scheiße. Mal willst du das aufsparen. Aber ich wollte es jetzt halt. Genau deswegen. Sehr gut. Ist das heftig. Tomatensaft. Mein Supernobel von Level 6. Das muss eigentlich was sein. Aber in uns ist halt ein Dreierteam, ne? Die müssen halt zumindest aufgebrochen werden, irgendwie. Surge handelt mich jetzt. Ist das nervig. Mann, Surge, schau doch mal auf mich zu handen, du Trottel. Das ist kein Trottel, aber ist halt nervig. Ey. Hat der... Was ist mit dem? Was ist mit dem? Egal wo ich stand, der hat mich die... Ach, das ist ja das Dreierteam. Ich hoffe, jeder von euch steht gleich auf und stößt sich so richtig hart den großen Ziel. Dass du kurz denkst, okay, ist der gebrochen? Ah, nee, kann ich noch bewegen. So sollen die sich alle drei den Fuß stoßen. Weil der hat einfach mich immer gesehen. Das wäre mich am allermeisten. Plötzlich kill dich alle gegenseitig. Alle. Mach dich alle... Okay, ist in Ordnung. Ich wollte... Ich hab nicht mehr super... Dumm, dumm, dumm. Da ist doch scheiß drauf. Gib mir mal das Ressort. Ja, oder auch nicht. Ich geh mit Shally, kommst du halt zu. Nicht wirklich dran. Mitte wegmachen war jetzt gut. Ich bin vorm Colt weggerannt. Mitte wegmachen. Okay, Mitte wegmachen war gut. Das war ein guter... Ich hab vier Kills. Ja, okay, krieg ich... Das tut ein bisschen... Wir haben verloren. Ist okay, ist okay. Das war jetzt einfach nur Bonus. Ich wollte gucken, was da noch geht. Schade, Colette, ist mir leid. Ich bin okay mit der Runde, ist okay. Nach zwei Stunden, wie viel habe ich gepusht? Die Antwort ist... Viel, aber auch wenig. Wenn wir vom Peak gehen... Ich hätte bei 850 aufhören sollen. So die letzte halbe Stunde war einfach Konzentration weg. Das war dumm. Gut, dann würde ich aber sagen... Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin. Und ciao. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.